Ich steige gerne von oben rein. Oh, hier kommt ein Atmer. Hab ich. Juhu. Dann komm ich mit euch. Wartet auf mich. Ich glaub links ist was, Chris. Ich hör hier links Schritte. Aber dann unten, ne? Ja, ist egal. Äh, ja. Ey, was ist denn los? Watt denn? Ja, schon wieder geh ich nach hier. Vielleicht haben die alle Urlaub, oder was, ey? Ist ja eine Ferie hier. Ja, irgendwie. Vielleicht haben sie das ein bisschen genervt. Oben ist sauber, ne? Oder? Ist alles sauber hier? Ja, waren wir da überall jetzt einmal, oder nicht? Alles klar, okay, dann runter. Dann haben sie das ein bisschen genervt, als sie festgestellt haben. Gar so evakuieren, das spielt keinen Schwanz. Weil das irgendwie ein bisschen zu knackig ist. Mit erst die ganzen Super geh ich nachher. Atmer. Ja, leck mich, ey. Wo war der, Carsten? Ja. Ich guck rechts rum. Das war alles links. Da ist einer, ja. Der Drecksack, ey. Oh! Das war ich. Okay. Alter, erschreckt mich so. Wir müssen die Geisel sichern. Hat die Geisel gefunden, oder? Da hinten. Lennung. Ui! Gehen wir zum Geisel, oder? Ja. Ja. Ja, ich bin... Oh fuck! Weg, 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 weg! Entschuldigung. Entschulde! Geisel gesichert, zum Evakuierungspunkt begeben. Feinde nähern sich. Die Geisel muss gesichert werden. Hä? Dann warten die jetzt bestimmt alle draußen. Ja, draußen höre ich so schon. Ah! Ah! Schwer mich dann jetzt hier. Du Tänzer. Wie Tänzer. Du hast angefangen zu schießen, bist du links rübergegangen. Und wir dann genau vor die Flinte. Oh! Oh! Hm. Vorrückst. Ist vielleicht doch besser, wenn du vorgehst, Champion. Alter, ich hab mich noch nicht mal bewegt. Okay, lass mich los. Toni? Jetzt, äh... Wer ist denn tot? Ich hab den Carsten erschossen. Du Schwein! Ich bin aber schnell und schmerzlos. Gut gemacht. Geisel befreit. Auf jeden Fall wird das losgehen ab 1.5. Und direkt mit der zweiwöchigen Entschulung in Frankfurt. Das heißt, an meinem Geburtstag wäre ich direkt erstmal in Frankfurt. Na gut. Da musst du jetzt, glaub ich, in so ein paar saure Äpfel beißen einfach, ja? Mach ich aber dann gerne, ey. Ja, das glaub ich. Ja, bei der Perspektive, ne? Dreikkreuze machen. Ja. Da musst du auch mal ein paar bittere Kröten schlucken, ey. Und wie kommst du an Neukunden? Fährst du einfach durch die Balachai und suchst dir Firmen? Ja, war schon so eine Art Adressliste. Mhm. Aber im Endeffekt ist es so, ja. Fährst in irgendwelche Industriegebiete oder... Guckst überall rein. Im Endeffekt, ja. Wieso machen wir hier nur noch Geisel evakuieren? Man hat auch gerade schon was anderes. Guck. Hoppala. Hoppala. Heuchertrücken, ey. Das hier mal made an eye. Von vielen drücken. Na, weil da muss sie nicht viel drücken, ey. Sollte man ganz alleine sein, wie ich gesagt. Der sogenannte Sitzschiss, wenn er dich insetzt, kommt sie weg mit raus. Kann ich Gott und boah mal mit Donalds auch. Boah, schön. Kurzang, ich hätte mir hinten ins weiße Hemd reingeschissen. Ja, das ist das Geilste, was passiert kann bei so einem Vorschuss. Oder beim Abwischen, so aus wie das Hemd mit eingezogen. Hahaha. Hahaha. Nix für ungut, ey. Ui. Oder ein auch Geisel kurz vorhin nochmal pinkeln, da kommt einfach so ein Schwupp Wasser mit raus. Oder so, auf der Buchse. Das sie direkt erst mal meinen, du wirst dich voll lullern. Sachen, die man nicht braucht bei Vorschlägen. Ist eine lange Liste, glaube ich. Hey. Ich höre mal die Türen reinhauen. Die Türen. 出來. Der war zu mir, hast du gesehen. Ja, Pimmel. Pimmelpirat. Ey, sag mal. Hm? Was sind die denn? Du, Eckort! ich würde unheimlich gerne mal einen pump einsetzen aber ich habe ein bisschen schiss aber ich stehe total auf dem baller mann sichtkontakt wir müssen die geisel sichern hast du den casten einfach eine total krasse kille maschine sofort zum evakuierungspunkt eskortieren die hat aber die geisel von hinten er steht nach neben mir und pennt nein er hat mich die ganze zeit gehört schlichte halb tot aus versehen fünf mal schiff gedrückt war kurz in der einrastfunktion ich war zu weit weg arbeit jämmerlich verblutet wäre ich so letzte spiele erst mal vertreten vertreten man weiß es ja nie man weiß es nicht was genau passiert tut da sollte ich gleich einen anruf bekommen werde ich mich direkt betrinken so oder so ich würde ja mitmachen aber ich glaube ok ich bin dabei erkläre sich solidarisch ja sicher ich fahr dann juhu bringst du mich zu markus ne mach besser der holt mich ab und bringt mich hinterher nach hause ja ja was ist das hier wieder verteidigen oh mann du er wählt ihr mal aus ich gucke was drüber bleibt neb neb einer fehlt habt ihr eine ja ja du bist der einzige dann nehme ich den arzt ach so gehen wir ihn rein in welcher Wohnung hab ich nicht geguckt ja such mal draus mal kontrollraum alle enthalten kontrollraum nehmen wir kontrollraum ich glaube der ist schwer schwierig überall hier rein schwer ist nur meine mutter oder ein sack kartoffeln hat eine rüstung mit also meine vermutung ist wir verkacken das kürzeln ich kümmere mich um die wad drei feinde sind übrig ach komm schon anscheinend draußen waren so ein paar aber hier so einen festen standpunkt ich glaube man muss sich hier einfach bewegen ein kürzeln ein kürzeln um oben hier was ist das das macht dann natürlich auch da nicht hier kannst du meinen baller mann irgendwo aufstellen ich muss doch nur die mittlere maustaste das ding wird sich nicht hinstellen was nicht genug platz schritt vor genug nein gott was eine schwierige nummer hat noch ein schild da sein kasten hier und wechseln könnte ja das fenster ist gefährlich wenn sich ihr sprengstoff anbauen komme ich auch hin das ist ja dann halt einfach ein muss ja anscheinend liegt irgendwo einer wieder rum und wir finden nicht ach so ich habe noch nicht gesucht wertschlag sensor damit kannst du noch finden so gut ich finde hier nichts warte mal kann er hier umschalten ich habe mit dem hauseigenen kameras geguckt da ist aber nichts zu sehen weiß man nicht wo der pimmelpirate ist vermutlich mal ist er wahrscheinlich da wo ich gerade die anderen beiden erledigt habe und erst nicht reingesprungen das war nämlich hier und hier durch das fenster sind die gerade gekommen hatte ich aufgespürt zurückziehen nicht darauf also doch ich habe gedacht wenn du da runter fällst bist du das habe ich vorher gesehen dass man da runter springen kann ok ich spreng doch nicht ins ungewisse ja deswegen ja ich denke was macht denn jetzt ist er verrückt verrückt mit pf wie finde ich euch jetzt leider feindlicher angriff die geisel absichern irgendwo war da noch so eine bodenklappe vorhin ja die brauchst aber nicht verstärken weil von unten kommen wir ja nicht herzschlagsensor eingesetzt kommen wir meistens von oben wenn einer verletzt ist bitte rufen ich guck mal was die machen kann Hilfe Hilfe oh ich höre was ja nie du stehst genau vor meinem ja ich wollte nochmal ein bisschen stehen au kontakt hat noch einer so eine platte platte oder nicht hier habe ich noch hier kriegst du keine rein wo denn doch doch ich ne meinst du nicht manchmal geht das ne ist zu ausverdörrt alles klar igel ja feindlicher angriff kampfbereit machen kampfbereit machen sind wir immer kampfbereit machen ich höre ich höre die auch nur ganz dumm aber ich könnte beim ich nicht sagen aus welcher richtung gekommen das ist echt dreck ich glaube hier links ja bei mir kampfbereit machen noch einer ist er noch uns allen an mhm juhu ich habe ihn rein springen lassen ich höre eine andere die treppe rauf scheiße drei gegner übrig erledigt was ist das was ist das ich habe ja so ein Dauerschießen immer jetzt nicht neu da reicht sich an hallo hallo das ist ein Geräusch das war ich mit meinem Maschinengewehr ja das habe ich jetzt dauerhaft dann mach mal ESC oder so geh mal in der Option einmal rein und wieder raus vielleicht ist es dann weg boah die Stelle ist goldig ist ist immer noch da boah das geht ja gar nicht ey warte mal ich schieße mal nochmal geht es jetzt weg ne ich kann den kopf schießen das klingt als wenn irgendwo ein Motor angegangen wäre desto näher ich zu dir komme ja boah arbeit unter Gefechtslärm da haben wir der Gegner hat nicht Kontakt zu greifen oh what? genau so weg schießen weg schießen die Seindkämpfer sind eliminiert oh ich habe keine mund mehr noch 60 stück drin dann ist vorbei mit der herrlichkeit das kann sich aber ausfüllen ich denke nicht ich meine doch wenn du jetzt da ist nix hier bei mir 60 hätte ich gehabt 50 glaubst nicht aber sehen wir jetzt haben wir das auch mal geklärt tatsache volle munition das geräusch ist weg sehr gut auch hier noch mehr jahren ja oben das ding hier macht auch geräusche wenn ich drehe wenn das hier wenn das einer auslöst wenn ich hier neben stehe bin ich im arsch kannst du das wegnehmen und da haben wir das fenster wieder machen sicher kann ich nicht wegnehmen die bedrohung wurde eliminiert oder sicher ja 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 ich hab den vorhin da langsträucheln sehen da hab ich gedacht das müssen wir mal unterbinden nicht so vorausgesetzt du findest du richtig geile stelle ist dieses maschinengewehr gold wert ja was noch einkaufen einen noch ja ich brauche mal ein letztes gesehen bei dem mark als er da richtig stand er hat der nur 19 stück oder weggeblasen auf dem ding ja es ist wirklich übel das tal schießt nicht sehr schnell aber dafür ordentlich wumms ja ja guck ja guck es geht doch ja guck ja guck ja guck ja guck doch guck so wer raucht da mhm ekelhaft ekelhaft hast du dann auch das kratzen im hals mal raucht hier einer oder ein was machen wir denn eigentlich wenn Janni den job kriegt wenn sich die tische biegen wo gehen wir hin boah ich weiß um wen gehen und Janni so richtig so mit noten für alle und so wir gehen auf myfactory.de und wählen erstmal neuen pc aus warte 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 ich bereite dann schon mal was vor Jann und lass mir wieviel tausende von Euro so ausgehen wird ja atmen wir euch hier jetzt sind wir wieder alle auf einmal aber so wie Nightmade vorgeht er das gleich hinter sich ja der war die ganze Zeit schon dabei immer los rein los mann ey ziert euch doch nicht über was ist das auch Jann? was denn? da in der Turbine hat einen Grillang schießt oh schießt oh trolle ich hab da mal nen Atmer weggemacht geh mal runter da kann mir noch einer von draußen du ja kleine Scharmüze wir gehen die nächste Abbiegung hoch mhm weil die sind alle umtreiblich aber wo ist denn ein Böhmchen? Böhmchen willst du ein Böhmchen? ich geh mal ich komm mit glaub ich direkt ne ja ich hätte auch Splittergranaten anzubieten hab ich so anstallen ich starte mhm ach du scheiße das krieg ich hin atme jo Amber boah Jan du bist wieder ohne mich man mhm Telefon aber es ist nur meine Frau Moment Guck mal der Jan der Multitasking ja telefonieren und laufen mhm krass Drei Feinde sind übrig Drei Feinde sind übrig halloo hehehe hehehe ne antwort nicht nur Kontakt hehehe agnott hopat kinka eliminiert ahhh hhhh 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 hhhhh hhhh 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 hhhhh hhhh hhhhh hhhh hhhh Ein Moin noch mit. Okay. Geil so Scherbitzen. Bootsvorräte habe ich mal genommen. Bootsvorräte? Ja. Achso, ich hätte gar nicht den Puls nehmen sollen. Oh, wieder da. Los nicht in Helden spielen. Bist auch ne Luke. Ja. Achso, weil es draußen ist doof. Feindlicher Angriff. Die Geisel absichern. Luke ist ein Wichser. Aber sprengen können die die immer noch, ne? Garst, hast du dir dein Stand entgegen mit? Ja, aber... Boah, fuck. Ich helfe mir. Danke. Versuch mal hier. Haben wir Rüstung? Ja. Na, jetzt lege ich ja eine für zwei Mann hier draußen. Drei Mann. Achso. Ja, jetzt bin ich doof. Das ist so früh gerettet. Okay, die Tür hätte ich mit den Maschinengewehr lockern. Okay, dann bleib ich hinnehmen. Die auch. Die rechts, die rechts kann ja einer zu machen hier. Bleib hier sitzen. Oder so. Okay, dann gehe ich hier nach links hinten. Hier kann aber auch eigentlich nicht viel kommen. Ich bleib hier so, komm ich hier so klar? Oder machst du mich dann vor Ort? Da komm ich noch klar. Hab da so, Rüstung angezogen? Nee, wo sie sich? Sag mal, siehst du die nicht? Ich höre schlecht, ich sehe nichts, das ist alles ein Kreuz. Ja, ich habe einen Angriff. Kampfbereit machen. So, raus aus der Tür, das ist Todeszone. Ich bleib hier neben dir und guck dir zu. Oh, ich hab markiert, aber wollte ich nicht. Sonst guck, setz dich doch in die andere. Hier kommen sie. Oh, ich muss sie. Bleib tief. Hier kommen sie auf. Hier ist alles sauber, Carsten. Ja. Ich habe einen in meiner Tür. Drei Feinde sind übrig. Deine Tür lasse ich komplett außer Acht, ja? Die feindliche Aufklärung deckt dieses Todes. Boah, bei mir sind ganz viele. Die Feindkämpfer wurden neutralisiert. Sauber. Bereich verstärken, wir Feind vor 40 neu. Oh, meine Fresse, ey. Feierschutz, ich schläge nach. So, fertig. Warte mal. Nein. Knapper Barst vorbei. Die Geisel absichern. Feinde nähern sich. Ist ja dann, da wird da nochmal einer dabei beim Zocken? Ja, sicher. Das macht grad ziemlich Bock hier. Oben, habe ich was gehört? Über uns. Carsten, hier kommt ein Atmer. Schatten. Dauer. Drei Feinde sind übrig. Diese Zone wird vom Feind kontrolliert. Zieh dich zurück, oder du stürzt. Barrikade aufgebaut. Oh. Hast du grad das Fenster neu gemacht? Ja. Und dann kommt das Arschloch. Und ich hab extra noch rausgekommen. Der Feind von mir ist nicht neu. Die Geisel sichern. Barrikade fertig! Heilen, wenn ich noch wenig Energie hab, kannst du nicht, Markus. Du tödest mich dann damit, ne? Ja, die haben hast du nicht mehr gepatcht. Du kannst jetzt auch nicht mehr in den Fuß schießen. Okay. Das kannst du nicht mehr ums zweimal versuchen. Feindlicher Angriff. Die Geisel absichern. Ich hab zweimal markiert. Hier kommen sie auch. Ja. Die Loke wollen sie, scheint, gar nicht. Na, die wissen, dass wir da stehen. Die cheaten ja. Mhm. Oh. Oh. Die sind doch tot, Junge. Das geht wohl nicht kaputt, wie? Mhm. Letzte Welle eigentlich, ne? Dann lad ich doch nochmal nach hier. Mhm. Kostet doch nix. Feindlicher Angriff. Kampfbereit machen. Oh. Warte nochmal. Alter, bist du verlenkig. Au. Alter. Mann, ey, pass doch auf. Da kommt noch mehr, fall auf, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Ich halte die Tür im Auge. Sag, wenn du nicht mehr klarkommst. Ich komm klar. Alles fertig. Oh. Ja, hab ich. Runde letzte Worte. Ich komm klar. Was ist denn los? Drei Feinde sind übrig. Magazin wird geladen. Die Feindkämpfer sind eliminiert. Oh, jetzt hab ich aber hier gerade... ...eignet auf dem Bereich, alle Gegner eliminiert. Zwei-Durchsignal. Na, so spiele ich immer. 19. Ah, Carsten. Macht das gleich nochmal hin, bevor der Abbaus. Mit der Grafikkarte. Ja, läd den Nadelneußen runter, den nächsten schön weg. Da geht's wieder in Gerätemanager. Weißt du? Kann man eben noch zusammen machen.